Am Freitag steht das Spiel gegen den FC Liefering an, ein Spiel in dem wir versuchen eine ganz gute Form zu wahren, zu bestätigen. Wie siehst du die Ausgangslage vor dem Match? Ja, ich glaube, dass wir gegen St. Pelton ein ganz gutes Spiel abgeliefert haben. Mit einem Anzug-Sieg natürlich ein super Ergebnis für uns. Ja, wir fahren nach Liefering auch mit dem Ziel, dass wir das Spiel ganz klar gewinnen wollen. Ein zweiter Sieg in Serie, das wäre natürlich sehr schön, dass wir da ein bisschen Konstanz reinbringen und ja, mit der Ausgangslage fahren wir dorthin. Jetzt hat das letzte Mal endlich dieser Sieg über 90 Minuten auch geklappt. Man hat sich belohnt für eine gute Leistung. Gibt es etwas, das im Spielfeld anders angefühlt hat, wie in den Wochen davor? Ja, ich glaube, dass wir in den Wochen davor schon gute Leistungen gebracht haben, so wie jetzt gegen St. Pelton. Anders angefühlt, glaube ich konkret, jetzt nicht wirklich was. Ich glaube, dass wir einfach hinten raus das besser verteidigt haben, auch konzentrierter waren in der zweiten Halbzeit, dass wir einmal wieder zu Null gespielt haben und ja, ich glaube, dass wir das dann gut über die Zeit gebracht haben. Was für Mittel muss man anwenden, um Liefering zu knacken? Ja, sie spielen ein gleiches System wie wir eigentlich, die Raute im Mittelfeld. Also, wenn da zwei Systeme, die gleich sind, aufeinandertreffen, glaube ich, wird es entscheidend, dass wir die Einz-in-ein-Situationen für uns entscheiden, dass wir einfach Kampfbeton spülen, Intensität reinbringen und die die zweiten Bälle gewinnen und dann noch vorhin einfach konzentriert unsere Chancen gut ausspülen. Jetzt ist das ein Spiel, mit dem man die Chance wahren kann, auch an den Top 5 dran zu bleiben und vorne nochmal anzudocken und in den letzten Spielen auch wirklich nach vorn hin was bewegen zu können. Spielt das im Hinterkopf mit oder ist man in den 90 Minuten sowieso nur auf den Ball und den Gegenspiel und das Tor fokussiert? Ich glaube, in den 90 Minuten ist man nur aufs Spiel fokussiert. Grundsätzlich schauen wir jetzt nicht so auf die Tabelle. Natürlich wollen wir jedes Spiel gewinnen und so weit vorne wie möglich am Ende stehen. Während die 90 Minuten ist das aber kein Thema. Alles Gute fürs Spiel. Danke.